Herzlich willkommen zu einem neuen Video Review von China Mobile Mac. Mein Name ist Florian und ich möchte euch heute das neue Cubot Max vorstellen. Es handelt sich hierbei um ein 6 Zoll Smartphone mit relativ großem Akku. Dieser hat 4000 mAh. Das Cubot Max kommt in einer bronzefarbenen Verpackung daher und der Verpackungsinhalt ist ein weißes Micro-USB-Kabel sowie ein weißer Ladeadapter. Wir haben ein durchsichtiges TPU-Case dazu bekommen sowie einige Garantiehinweise, die Schnellstartanleitung und eine Folie, die auf dem Gerät aufgezogen war, die wir natürlich für unseren Test entfernen mussten. Die Verarbeitungsqualität vom Cubot Max ist durchaus positiv. Wir haben hier keine wackelnden Buttons. Das Backcover sieht zudem durchaus hübsch aus, ähnlich wie das Backcover vom Zobo Hero 2. Und wir haben auch sonst eine gute Verarbeitungsqualität an den Übergängen zum Display. Hier keine Spaltmaße. Oben befinden sich, wie man gut sehen kann, die Anschlüsse. Wir haben hinten mittig oben die Kamera mit einem Metallrahmen, darunter den Dual LED Blitz und das Cubot Logo sowie hier unten nochmal die Verarbeitungshinweise CE-Zeichen ROHS und dass das Cubot in China designt wurde. Das soll es zur Verpackung, Design und Verarbeitung gewesen sein. Kommen wir gleich einmal auf das 6 Zoll Display zu sprechen. Leider hat Cubot in diesem Max ein relativ günstiges Panel verbaut. Das erkennt man daran, dass man die Leiterbahnen im ausgeschalteten Zustand mit bloßem Auge erkennen kann. Die Kamera wird dies jetzt nicht erfassen können. Nichtsdestotrotz haben wir diesbezüglich ein, zwei Fotos gemacht, die wir gerne einmal präsentieren möchten. Und abgesehen davon, dass das 6 Zoll Display in HD auflöst, wurde es im 2,5D Arc Design gefertigt, das heißt an den Seiten leicht abgerundet. Abgesehen von den sichtbaren Leiterbahnen gibt es so grundsätzlich an dem Display nichts auszusetzen. Die Farbwiedergabe ist recht positiv, die Helligkeit ebenso, so dass man auch draußen ohne Probleme das Display ablesen kann. Wir haben eine adäquate Blickwinkelstabilität, die natürlich nicht als gut oder sehr gut eingestuft werden kann, denn der Weißwert kippt sehr schnell in ein Grau ab und nichtsdestotrotz ist auch von den Seiten her das abgebildete Bild noch zu sehen. Der Digitizer arbeitet seinerseits tadellos, also wir hatten während unserer Testzeit keine Aussetzer oder Fehleingaben und alle Eingaben werden halt prompt erkannt. Die Einstellungsmöglichkeiten des Displays sind dann nochmal via Mirror Vision ein wenig zu verbessern, das heißt wir können dort Kontrastsättigung, Bildhelligkeit, Schärfe oder auch die Farbtemperatur nach eigenem Belieben ändern. Durchaus positiv wirkt sich das dann auch nochmal auf die Sättigung aus. Wie man schön erkennen kann, dadurch werden die Farben klasse dargestellt. Der nächste Punkt in unserem Review befasst sich dann mit der Hardware. Wir haben hier im Kubot Max einen Mediatek MT6753 SSC verbaut mit OctaQuad CPU und seinerseits 8x 1,3 GHz. Es handelt sich um einen 64-Bit Prozessor und die Performance würden wir im unteren Mittelfeld eintakten wollen. Hier noch einmal zu sehen 1,3 GHz, 8 Kerne und dem SSC stehen 3 GB Arbeitsspeicher zur Seite sowie 32 GB internen Speicher. Interessant ist beim Arbeitsspeicher, dass er mit 3800 MB pro Sekunde zwar nicht der schnellste, aber auch nicht der langsamste ist. Noch interessanter ist die Eigenschaft von internen Speicher, denn während unserer Benchmark-Tests hat sich herausgestellt, dass der Schreibwert vom internen Speicher durchaus höher liegt als der vom Lesewert und das ist ein eher ungewöhnliches Ergebnis und wir haben den Test halt auch mehrfach wiederholt und kommen halt immer zu denselben Ergebnissen zwischen 61 und 62 MB pro Sekunde beim Lesen sowie 77 bis 78 MB beim Schreiben. Normalerweise würde das genau umgekehrt sein, dass eher die Leserate höher liegt als die Schreibrate. Nichtsdestotrotz befinden wir uns hier immer noch im unteren Mittelfeld, also nichts auf extrem hohem oder schnellem Niveau. Die Sensorausstattung vom Cubot Max ist ebenfalls recht karg. Das heißt, wir haben lediglich einen Lichtsensor, einen Beschleunigungssensor und einen Annäherungssensor. Diese haben während unserer Testzeit durchaus positiv funktioniert. Wir hatten also hier keine Probleme, zum Beispiel hier mit dem Lichtsensor, dass das Licht korrekt erkannt wurde. Gerne hätten wir auch ein Gyroskop oder einen Kompass gesehen, insbesondere wenn wir nachher auf die gute GPS-Leistung zu sprechen kommen, ist dies ein Manko, der doch einen Fadenbeigeschmack erhält, denn Kompass und Gyroskop sind heutzutage relativ wichtig, insbesondere auch der Kompass für die Fußgängernavigation. Nichtsdestotrotz, hier haben wir nur die drei Standardsensoren. Ebenfalls muss der Nutzer auf beleuchtete Touchbuttons verzichten können, dafür bekommt er aber eine Status-LED, die befindet sich hier oben rechts. Man sieht, ich habe eine Nachricht erhalten und sie leuchtet blau und funktioniert auch. Alle Apps bezüglich der Hardware laufen fehlerfrei. Sie werden prompt geöffnet, genauso eben auch wie Spiele und in der Alltags-Performance schneidet das Cubot Max recht positiv ab. Das heißt, gerade auch bei Videoschauen oder eben gängigen Spielen wie Pokémon hat man keine Ruckler. Dies haben wir dann auch noch mal in der Performance-Demo für euch bei YouTube festgehalten, da könnt ihr euch dann noch mal ein eigenes Bild von machen. Um den Hardware-Aspekt einmal zusammenzufassen, haben wir hier Mittelklasse-Technik zum kleinen Preis. Nächster Punkt befasst sich dann mit der Software. Wir haben hier Android 6.0 zusätzlich mit OTA-Update-Fähigkeit. Aktuell gibt es noch keine neuen Updates, aber das Cubot Max ist ja auch gerade erst auf den Markt gekommen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Cubot eine recht positive Update-Politik pflegt und auch um schon mal vorab zu greifen bezüglich der Kamera ist dies auch wünschenswert, denn dort sind noch die ein oder anderen Verbesserungen notwendig. Abgesehen davon hatten wir während der sieben Tage Testzeit keinen, also nur einen Systemabsturz beziehungsweise konnten den aber nicht reproduzieren und durch dieses einmalige Auftreten des Absturzes sind wir uns nicht sicher, ob dies mit dem billigen Display zusammenhängt oder eben mit der Software oder der Hardware selbst. Warum wissen wir das nicht? Denn das Fehlerbild war ein weißer Bildschirm mit horizontalen Streifen und das kann sowohl das Display selbst sein, als auch der Controller vom Display, als auch das Mainboard. Es kann natürlich aber auch viertens die Software gewesen sein, die einmal das System hat zum Abstürzen zu bringen, sodass wir dann, nachdem wir den Neustart gemacht hatten, wieder ganz normal das Smartphone bedienen konnten und der Fehler halt seitdem auch nie wieder aufgetreten ist. Ansonsten, was kann man noch zur Software sagen? Wir haben hier keine Schadsoftware auf dem Gerät, beziehungsweise wurde keine gefunden, genauso wenig wie Bloatware. Einige Gimmicks wurden noch zusätzlich implementiert, da haben wir dann zum Beispiel die Smart Motions oder wir haben das Geesture Sending, also die Geesture Settings wie Finger Geesture, Smart Motions und Geesture Rake. Wir haben diesbezüglich auch im schriftlichen Review noch etwas ausführlicher dazu geschrieben. Wir haben die One-Handed Operations, also den Operation Mode. Das heißt, wenn wir diesen Dialer, den wir ja für unser Telefon normalerweise haben, in der One-Handed Operation Mode verwenden wollen, dann können wir den rechts oder eben wahlweise nach links schieben, sodass dann auch Links- oder Rechtshänder gut mit einem großen Smartphone wie diesem hier arbeiten können. Das soll es zunächst einmal zur Software gewesen sein und dann kommen wir zum nächsten Punkt der Empfangsleistung. In Sachen Empfangsleistung schneidet das Cubot Max ebenfalls recht positiv ab. Wir haben jetzt hier gerade fünf bis sechs Meter Routerentfernung mit einer Stahlbetonwand dazwischen. Ein durchaus positives WLAN-Empfangssignal. Der Datendurchsatz in Routernähe liegt bei 100 Prozent und auch in Entfernung zum Router kam es nie zu Abbrüchen oder Aussetzern. Gleiches gilt dann auch für die Empfangsqualität. Jetzt hier gerade in Greifswald ist leider nur das 3G-Netzwerk zur Verfügung. Allerdings werden alle europäischen Netze unterstützt, insbesondere auch das Band 20, die 800 Megahertz LTE-Frequenz. Wie bereits erwähnt, funktioniert das WiFi tadellos und gleiches insbesondere gilt auch für das GPS, denn dort haben wir einen außergewöhnlich guten Empfang. Im Schnitt findet das Cubot Max an die 20 bis 21 Satelliten von 22, die es beobachtet. Und die Genauigkeit ist relativ hoch, sodass man selbst in Gebäuden noch ein Signal hat und auch tatsächlich im Gebäude dann angezeigt wird und nicht irgendwo ein Meter außerhalb oder neben der Straße. In der Praxis hat sich das GPS als durchaus nützlich erwiesen. Also hier gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. So, dann gibt es noch weitere Features, wie zum Beispiel das Bluetooth 4.0 oder eben HotNord oder der Turbo Download. All diese Zusatzfunktionen funktionieren einwandfrei. Auch ein Anschluss via OTG hat funktioniert. Da haben wir eine Tastatur angeschlossen. Also nichts, was man in Sachen Empfangsleistung beim Cubot Max bemängeln könnte. Hier noch einmal der Aufruf zum Turbo Download. Das ist halt eine Kombination aus WiFi-Signal und mobiler Datenverbindung, sodass der Download kurzzeitig etwas erhöht wird. Dann natürlich mit zu Lasten des Freikontingents der eigenen Mobilfunkkarte. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar der Audioqualität. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir haben hier keinen integrierten Verstärker. Wir haben oben den Phono-Ausgang und via Kopfhörer haben wir ein durchaus positives Klangerlebnis. Eher befriedigend würden wir die Speakerqualität bewerten. Der Speaker überschreit sich zwar nicht gleich bei etwas höherer Lautstärke, aber es fehlen dann doch etwas die Bässe. Beziehungsweise wenn man Musik wie Dubstep hört, dann hat man tatsächlich doch einige Verzerrungen bei den Höhen und vermisst ein wenig die Tiefen. Der Gesprächspartner ist sowohl, was jetzt die Empfangsqualität als auch die Speakerqualität anbelangt, jederzeit klar verständlich. In Sachen Kameras wurden im Cubot eine 13 Megapixel Rückkamera verbaut mit einer f2.0 Blende mit Autofokus und Dual-LED-Blitz. Wir haben eine 5 Megapixel Frontkamera und beide Kameras machen zusammengefasst recht befriedigend beziehungsweise ausreichende Fotoaufnahmen und die Rückkamera insbesondere hat ihre Schwächen bei Fernaufnahmen beziehungsweise der fehlenden Tiefenschärfe und der teilweise ins bläuliche verschobenen Farbaufnahme. Stärken liegen hier allerdings bei Nahaufnahmen und in absoluter Dunkelheit. Dort kann der Dual-LED-Blitz dann doch überzeugen. Es stellt sich zwar bei Low-Light-Aufnahmen sehr rasch ein Bildrauschen ein, allerdings bei absoluter Dunkelheit. Wenn der Blitz dann bei näheren Objekten zugeschaltet wird, haben wir doch eine durchaus positive Schärfe, so dass man sogar von den jeweilig abgebildeten Objekten auch die Schrift erkennen kann. Videoaufnahmen sind relativ wackelfrei möglich, jedoch hakelt der Autofokus und die Schärfe könnte etwas besser sein. Der Autofokus muss da manchmal per Hand nachjustiert werden, was unter Umständen gerade bei einem 6 Zoll Smartphone doch sehr umständlich werden kann. Nichtsdestotrotz hat man einmal nachfokussiert, ist die Schärfe zumindest befriedigend. Eventuell bessert Cubot an dieser Stelle auch einmal mit einem Update nach. Dass sie das können, haben sie in der Vergangenheit bereits bewiesen, denn zum Beispiel beim Cubot S6 war die Kameraqualität am Anfang eher mäßig und nachher, nach einigen Updates, war die Kameraqualität der 16 Megapixel Kamera doch sehr positiv. Die Frontkamera ihrerseits reicht für Selfies und Videotelefonie. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt dieser Review und zwar dem Akku. Versprochen wurde uns ein 4100 mA starker Akku gehalten, werden davon ca. 3700 mA. Das heißt, wenn wir von den 3000 mA mal plus minus 5% rechnen, dann sind wir natürlich noch im Rahmen einer gewissen Fehlertoleranzquote. Allerdings haben wir auch Wärmeverlustleistungen und anderen Verlust während des Ladevorgangs. Wenn man die dann nochmal da hinzu addiert, beziehungsweise subtrahiert von dem Ergebnis, dann kommen wir auf effektiv 3500 bis 3700 mA. Das ist natürlich kein positiver Wert. Allerdings liegt die Screen On-Site bei halber Heiligkeit bei ca. 9 bis 10 Stunden und auch der PC-Benchmark hat dies bestätigt, denn bei minimaler Helligkeit lief dieser 11 Stunden und 26 Minuten. Also trotz der etwas geringeren Kapazitätsangabe haben wir hier ein Top-Ergebnis. Weniger positiv gefällt uns allerdings die Ladezeit, denn diese ist mit gut 5 Stunden extrem lang. Einziger Wermutstropfen dabei. Der Akku ist über das Backcase jederzeit leicht wechselbar. Einfach dazu nur die Fülle abnehmen, Akku raus und wer sich einen Ersatzakku besorgt, der braucht nicht mal eine Powerbank mitzuschleppen. Hier sieht man übrigens zum Thema Hardware-Ausstattung auch nochmal gut den Dual-SIM-Slot und MicroSD-Karten-Slot. Dieser ist erweiterbar um noch einmal 128 GB. Zurück zum Akku. Dieser kann gewechselt werden und damit liegt das Q-Board in Sachen Ausdauer doch recht weit vorne, insbesondere wenn man bedenkt, dass 6 Zoll ja doch etwas mehr Akku fressen als 5 Zoll. Und damit kommen wir auch zum Fazit. Um das mal zusammenzufassen, kann man sagen, hier trifft Ausdauer, Größe und gute Empfangsleistung. Wenn das Q-Board jetzt noch Kompass und Gyro mit an Bord hätte, dann wäre es das perfekte Navigations-Handy. Das Display ist zwar eher billig und die Kameraleistung könnte besser sein. Verarbeitung, Empfang, Akku und Design bewerten wir aber als gut bis sehr gut. Eine Kaufempfehlung gibt es für alle, die große Hände haben und gerne auf größere Geräte ein Video schauen wollen, Spiele spielen möchten oder das Smartphone für gelegentliche Navigation verwenden wollen. Das Q-Board gibt es aktuell für ca. 100 bis 140 Euro. Und damit kommen wir zum Schluss und hoffen, euch hat das Review gefallen. Falls ihr möchtet, könnt ihr uns gerne in unserer großen Community rund um China-Smartphone, China-Tablets und China-Gadgets besuchen kommen. Das Team von www.ChinaMobileMac bedankt sich fürs Zuschauen und macht's gut!